Aber Hauptsache man hat es gesehen, die haben wir eben. Ja. Ach mei, schau dir das immer. Süß. Ich bin jetzt so rumgekrapelt. Jetzt hat sie kurz getrunken und jetzt ist das nur wieder gewohnt. Ah, naja. Ja, 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 ja. Ach, Götterle. Uff, was ist jetzt? Ja, Mama hat ja nicht nur zwei Beine, sie hat ja auch zwei Ohren. Hey, schau dir das immer. Und Giovanna so, nein, nicht. Das Ohr ist bombastisch. Ach, meine Giovanna. Ach Gott. Was ist das, Süß? Ja, ich bin. Hey, hey. Audrey. Bye. Ja. Ah, hallo. Zeit wird es, dass der Aktionsradius größer wird. Nicht in meine Backe, weil es ein Kind geht. Das hat doch der Nobby auch so gern gemacht. Groß, kuschelig, flauschig, geduldig, warm, riecht lecker wahrscheinlich. Das wird eine kleine Nila. Auf jeden Fall. Das wird wieder eine Tochter ihrer Mama. Ja, absolut. Es wird eine Tochter geworfen. Quicksilig, intelligent und dauernd etwas beschädigt. Und dauernd voller Dreck. Ja, wahrscheinlich. Also in Emmen einen, der Nadins gemacht hat, Aufsicht gemacht hat bei dem Polargebiet. Faktor, ob er die drei Eisbären nun voneinander unterscheiden kann. Dann kam die Antwort, nein, aber man hat mir gesagt, eine ist immer dreckig. Ja, ist klar. Das war Nila Lein. Seitdem haben sie wahrscheinlich in Emmen auch Sand gegeben. Ja, die haben ja alles ausgeräumt. Ja. Bis zum Schluss haben die da hinten gearbeitet. An diesem letzten Tannenbaum da hinten. Hei, und schudocken wir wieder an. Ja, jetzt sagen wir mal wieder. Ja, Wahnsinn, oder? Die verlorenen Kalorien, die abgearbeitet sind, muss man ja erholen. Ja, das müssen wir auch wieder. Ersetzen muss man sofort. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das war ja jetzt süß. Spannend. Schönenpr Überdachungsberg Ab lieb hönings señora Ab lieb Die ター Ö Kurt Vielen Dank.